Spielen, fragt André Ullrich. Ja, später gerne. Das war eigentlich jahrelang hier She's Always a Woman von Billy Joel. She's Always a Woman von Billy Joel. Aber ich erhole mich noch vom Farbfilm. Leute, Klaus hat auch ein Buch rausgebracht. Magst du mir das nochmal zeigen? Oder den Leuten nochmal einmal zeigen, das Buch? Ja, genau. Und wir haben was vor mit euch. Und zwar aus diesem Buch, was ihr jetzt seht. Und bitte ich euch, mir einen Buchstaben und eine Zahl zwischen 1 und 20 aufzuschreiben. Eine Zahl zwischen 1 und 20 und einen x-beliebigen Buchstaben aus unserem Alphabet. Also zwischen A bis Z. Ich habe noch ein Coming Out. Ja. Du bist ja auch schon, du bist jetzt 42 geworden. Ja. Ich bin ja auch schon hin und her. Ich werde tatsächlich zum ersten Mal in meinem Leben öffentlich mit meiner Autorenbrille vorlesen. Ja, so muss das sein. Man sieht mich zum ersten Mal im Leben mit Brille. Na, mit Brille habe ich ja früher getragen, bevor ich meine Augen habe lesern lassen. Aber mit Lesebrille. Ja. Ich hoffe, es wirkt ein bisschen intellektuell. Nein, wieso ein bisschen? Sehr, oder was? Nein, nein, es wirkt schon. Es wirkt schon. So soll das ja auch sein. So. Aber ich werde mal versuchen, ob man hier oben irgendwo Freunde aus, äh, ob man hier irgendwo was hin und her schalten kann. Ob man hier jemanden einladen kann. Ja. Mein Telefon klingelt. Ich werde mal gucken, was dabei ist. Wir können natürlich die Fragen auch per Handy entgegennehmen. Ich kann nicht daran teilnehmen. Ah, ich höre schon eben, es kann man nicht daran teilnehmen. Wie teilnehmen? Ja, das hat die jemand geschrieben. Meine Frau hat geschrieben. Ich kann nicht daran teilnehmen. Ja, wahrscheinlich deswegen, weil wir nicht Starkklub Stammtisch haben. Ja, aber sollten wir dann ganz wild sein und auf Starkklub Stammtisch wechseln? Umschalten? Dann müssen wir einmal den Streamer unterbrechen. Dann müssen wir alle, die jetzt da sind, André, Britta, Matthias, Matthias, äh, all dem sagen. Können wir nicht hier oben irgendwo umschalten? Weitere Umfrage erstellen, das brauchen wir nicht. Weitere Bearbeitung. Wir müssen... Vielleicht sind wir dann auch durch mit dem Thema, weil wir es nie wieder gestartet kriegen. Ich glaube, wir lassen es. Ja? Ja, Calzone klingt gut. Geht's morgen wieder? Da gibt's einen ganz leckeren Italiener in Preetz, wo ich vor dem Auftritt... Ja. Morgen bin ich ja in der Passion Bar und... Freunde einladen, da wollen wir mal eben sehen. Vielleicht kriegen wir da, vielleicht kriegen wir da ja hin. Kann er dich einladen? Guck mal, Kurt. Mich einladen. Stefan einladen. Ja, klicken wir mal auf den, den laden wir mal ein. Stefan laden wir ein. Steve K. Aber wir müssen ja alle anklicken, das geht nicht, ne? Ja, wir versuchen alles, ja. Wir versuchen alle einzeln. Das ist mein Sohn, das ist mein Sohn. Das muss ich jetzt benehmen. Haha, nein, das brauchen wir nicht. Britta laden wir ein. Britta ist doch schon dabei. Er macht ja nicht. Wir laden, schicken trotzdem... Hier, Jens Pedersen, netter. Harald Kohls ist mein Cousin zweiten Grad. Wir laden... Herbert Stecker ist am Kontrabass von... Du bist so schnell, Arno Fecht ist, Verena Patzwald ist... Du klickst die jetzt alle an? Ja, wir klicken alle an, wir laden die alle ein. Da, Luca, wieso ist Luca nicht dabei? Da bin ich traurig. Das sehe ich ja morgen Abend. Wir laden... Olga ist schon dabei? Wir laden alle ein und... Du hörst, das sehe ich morgen Abend? Oh, Michaela, die ist lange nicht online. So, wir laden die alle ein und dann werden wir ganz einfach mal sehen, wer was kommt. Und wie gesagt, liebe Leute, wenn jemand uns rüberschalten kann, Freunde einladen zum Starclub-Stammtisch. Es wäre sehr schön, wenn wir das hinkriegen könnten. Kann man das denn teilen? Ja, man kann das teilen, das ist das ja. Nur wir hier nicht. Wir bräuchten einen, aber deine Frau kann das nicht empfangen sein. Nee, die kann dich nicht, weil sie mit dir nicht befreundet ist. Oder doch? Ich weiß es nicht. Dann wäre sie eben in der Liste gewesen. Weil wir bräuchten einen, der das ganz sicher jetzt teilt. Ja. Aber wer könnte das sein? Deine Frau heißt... Ingrid, aber das haben wir nicht, dann müsstest du... Ich guck mal. Wir gucken mal. Leute, es ist alles live, ihr seht, wir sind... Ingrid Lütke. Für vier gemeinsame Freunde, Freundinnen zufügen. Ja, jetzt ist sie meine... Jetzt muss ich noch Ja sagen. Ja, ich kann dich daran teilnehmen. Ich bin ganz lieber. Ja, weil... Klaus hat dich geändert. Wir versuchen das. Wir versuchen. Wir versuchen es. Die Übertragung hakt etwas. Ja, das liegt aber am Stream. Das liegt nicht an uns. Wir versuchen es. Klaus hat eine Anfrage gestellt. Klaus... Ich bin ganz lieber. Klaus hat eine Anfrage gestellt. Leute, wir kriegen das alles hin. Wir werden es versuchen. Klaus kommt gleich wieder. Jo, ich bin einmal gehört, an meiner Technik zu schaffen. Klaus macht dann seine Technik. Jetzt hat er sich abgeschaltet hier, oder was hat er? Ja. Nein. Wieder verbinden erfolgreich. Ah, tatsächlich einmal ganz kurz. Das liegt also, hier ist irgendwo das OBS-Studio, mit dem wir senden. Macht ja ab und zu Schwierigkeiten. Ich weiß nicht, ob ihr die Einblendung eben gesehen habt. Es ist aber, leider ist es so. Hast du, oder willst du dann Frau kurz anrufen? Ne, ich habe es schon gemacht. Ich habe es schon angeschrieben. Das ist Teil. Ne, dass sie... Den Stream Teil. Dass sie das macht. Und sie kann uns ja überhaupt nicht sehen, leider. Ach so, aber... Ne, aber sie müsste ja irgendwo... Ihr werdet das schon hinkriegen. Ja, wollen wir denn jetzt mit dem Buch das nochmal... Also, wie gesagt, das Buch hat hinten ein Register. Ja. Mit Stichworten. Und damit ich zufällig was auswähle, war die Idee, jemand sei ein Buchstaben und eine Zahl. Also bis 20. Bis 20. Und dann zähle ich halt in diesem Register die Begriffe. Und den, wenn einer sagt 17, dann... Hi Hendrik. Ja. Hi Hendrik. Ich unterbreche dich zwar, aber... Ja, dann weiß ich, was ich vorlese. Also, ein Buchstabe und eine Zahl. Man muss aber Pausen aushalten, ne? Ja, man muss da einfach Pausen aushalten. Ja, ja. So. Leute, es kommt nichts. Gut. Ne? Dann gibt's nix aus dem Buch, wo man keiner was sagt. Es geht natürlich auch, wenn einer jetzt seine Wunschgeschichte hören möchte. Geht doch nicht auf. Ja. Oder wie die anderen beiden, wo sich zwei Piloten treffen, ne? 130 Tote. Oh Gott. Ja, ich weiß ja nicht. Wir sollen ja irgendwie, müssen wir das ganze Jahr im Leben erhalten. Meine liebste Ex-Frau hätte gesagt, oder meine ganze Familie, die Kinder auch, hätten gesagt, das ist ein Klaus-Witz. Wenn ich solche Witze früher gemacht habe, dann wurde, gab's also großes Kopfschütteln. Und dann hab ich gesagt, ich verdiene mein Geld damit. Und dann hieß es, dann mach das da. Dann mach ich's da. Naja, gut. Es gibt da immer irgendwo eine Plattform, man muss ja immer irgendwo üben. Ja. Ne, üben, man muss ja irgendwo, das machen alle Großen. Können Sie sagen, warum sollen wir uns da ausschließen? Wir haben hier 13 Y. Na, Britta, das ist aber... Das ist natürlich jetzt schwer. Das ist schwer. Weil ich hab gar keinen Y. Nein. Aber da fällt mir ein Young Love, fällt mir das Lied ein. Von den Osmets. Young Love, First Love. Nein, ich kann's nicht, griff ich ja nicht, musikalisch. Achso, Saban, hey, wann spiel ich denn wieder in Travemünde? Im Hotel zur Sonne. Gute Frage. Also, die soll die Fragen stellen. Also, liebe Britta, 13 Y, Y, wie mit Glück, geht leider nicht. Ja, hat sie sich, Britta, wird mich immer herausfordern. Ja, ja. Das weiß ich ja. Ja, siehste, hi, hi, schadenfreude, schadenfreude. Ja, so sind sie. Ja, es gibt kein Y, es gibt ein paar Zs. Ja, gut, dann, wir warten ab. Wir warten alles ab. Kann ich halt Britta auch mal vorsagen. Britta, ich kann auch aus dem anderen Buch vorlesen. Nee, das mach ich nicht. Das war auch wieder so ein Insider. Ja. Was ist das? Das ist der... Zwölf Regeln des Lebens? Ja, der schlauste Mann der Welt. Professor Dr. John Peterson. Aha. Ein Phänomen. Ist der genauso wie der, der jetzt gestorben ist? Wie hieß der noch, der im Rollstuhl saß da? Nee, es ist kein Physiker. Es ist ein Psychiater eigentlich. Aber der aber als Intellektuelle übergreifend tätig geworden ist. Und wenn ich mehr erzähle, mach das weg. Wenn ich mehr erzähle, schaltet Britta ab. Ja, liebe Leute, wenn ihr abschaltet, es bringt uns leider nichts. Wir müssten irgendwo Freunde einladen. Wir können aber auch nicht... Ich sehe aber dick aus hier, oder? Das drehe ich jetzt nur so auf. Ich muss mal kurz einsetzen. Es ist, ähm... Ich glaube, man kann auch immer nur live senden, ne? Mit dem eigenen Namen. Oder im Startclub-Stammtisch kann man da live senden. Ich werde jetzt mal gucken, auf Sendy. Ich habe ja die App. Hätte ich mal gesagt, wir kommen... Du versuchst jetzt live im Startclub zu senden. Ich versuche mal. Startclub-Stammtisch. Ob wir das hinkriegen? Ob wir das hinkriegen? Bei dir piept es. Ja, das ist immer. Bei mir piept es andauernd. Weil ich bin ja nicht ganz dicht. Von daher geht das. Aber ich glaube, Britta möchte die Laterne gar nicht mehr haben. Warum? Nur, weil sie was Schlechtes über... So, ich schreibe eben was. Wollen wir sehen, was er da sagt. Da... Doch, da können wir live übertragen starten. Das könnten wir machen, theoretisch. Ja, aber das... Wollen wir das jetzt hier abschalten? Dann müssen die ja alle rüber gehen auf Starclub-Stammtisch. Und ob da jetzt deine ganzen Freunde sind, ich wage zu bezweifeln. Oder willst du schnell deine Frau anrufen, ob sie das teilt? Ah, ich werde das einfach mal versuchen. Sie anzurufen? Ja, ich werde sie mal versuchen anzurufen. Ihr könnt ja live dabei sein, liebe Leute. Ja. Kurt hat schon sehr von seiner Frau geschwärmt. Ja. Ich werde es einfach mal versuchen. Das tun ja nicht alle. Immer. Nummer seht ihr nicht? Ne. Sollen wir ihn sehen? Hallo, Schatz. Wollen wir ihn sehen, Leute. Ihr kriegt das ja alles live mit. Telefon klingelt. Ihr Gesprächspartner ist zurzeit leider nicht erreichbar. Not available. Gut. Okay. Mein Lieblingsessen. Chili con carne. Achso, warte. Ja, du machst Chili con carne. Du richtest da. Ich versuche nochmal eine andere Nummer. Wir haben ja zu Hause nicht nur ein Telefon. Wir haben aus Versehen zwei oder drei. Ich sehe wirklich dick aus hier. Was machen wir denn da? Vielleicht doch mehr Sport, oder wie? Was? Mit Sporten? Ja, hier. Ich sehe so einen Bauch. Sehe ich so stark. Das sind mein Love Handels. Das habe ich gerade gelesen. Das habe ich gepostet. Ach, hattest du? Ja. Das habe ich gepostet. Ja, hier auch. Wir sind live auf Sendung. Ja, das ist schön. Ich kann nicht mithören irgendwie. Bei Klaus Purath. Kannst du da nicht drauf gehen? Ich habe eine Freundschaftsanfrage gestellt. Er hat eine Freundschaftsanfrage gestellt. Wenn du die annimmst, müsste es einfach sich klappen. Und dann versuchen die Leute über Starkklub Stammtisch mit einzuladen. Das wäre sehr schön. Weil da sind bestimmt einige. Versuche einfach mal. Das mache ich. Danke. Gut, tschüss. Viel Spaß noch. Danke. Kriegen wir denn mit, wenn sie das gemacht hat? Ja, wir werden das da sehen. Ja, sehen wir das? Ich hoffe, dass wir das sehen. Achso. Leute, ihr habt das mitgekriegt. Wir werden versuchen. Aber auch eure Hilfe brauchen wir. Bevor Kurt wieder Witze erzählt. Ja, bevor ich wieder Witze erzählt. Bitte. Obwohl, ich kenne einfach, mein Lieblingswitz ist auch sehr, sehr schlimm. Ja. Der Greis wird gefragt, welches die schönste Zeit in seiner 75-jährigen Ehe gewesen ist. Ja. Und die Antwort lautet, die zwei Jahre in russischer Kriegsgefangenschaft. Den erzähle ich mir immer live. Das lachen euch immer alle. Ich finde das eigentlich ganz gelungen. Ja. So, ihr fragt Stefan. Also, ich finde das sehr, sehr gut.